So, den Rückruf können wir auch gleich trennen. Aaron, komm her. Ja, gut gemacht, Ascha. Mal schauen, ob das das zweite Mal auch funktioniert. Aaron. Ja, super gemacht. Da sind wir. Nein, du nicht. Da kriegst du es. Aaron, noch 15 Kilometer laufen. Aaron, komm her. Ja, so ein Wilder. Da, schau her. Ja, gut gemacht. So, Gewöhnung an den Beißkrab. Mit Licht sogar. Hopp. Nun, die Dessert funktioniert ja schon. So, das ist die Ruhe, die wir uns wünschen vorm Essen. Das Essen ist angerichtet. Der Hund sitzt. Schaut. Das darf er. So. Und unsere Gene. Tabelle. So geht das jetzt genau. Gut machst du das. Achtung. Noch nicht. Genau. Deine Aufmerksamkeit wollen wir. Nicht am... Nein. Nicht am Essen. Bei uns. So ist gut. Und geht schon. Ist das jetzt eine Alltagssituation oder was ist das für eine Situation, dass wir da so herumtun? Oder ist das Training? Was trainieren wir jetzt mit dir? Billy, was trainieren wir jetzt mit dir? Selfies machen. Komm her. Schau her. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich komm her. Ja, ja. Und sitz. Und sitz. Da komm her. So. Und sitz. Komm her. Liegherr. Schreie. Chie. Schreie. 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 und was gut kommt meine gene hinein du rückst mich im futter du rückst mich im wasser so oh no no submission baby so und sitz so first time shhh no no shhh ja ja 1 2 2 3 4 4